Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Build Griefer Games. Perfekter Start. Heute gibt es den Part 2 von Griefer Games YouTuber, die doch verschwunden sind. Und heute behandeln wir auch YouTuber zu dem, die nicht ganz positiv in Erinnerung geblieben sind, die auch ein bisschen Quatsch gemacht haben und denen der Rang dann schließlich auch entzogen wurde. Natürlich gibt es nicht nur negative YouTuber heute, aber mehr nach dem Intro. Fangen wir mit dem lieben Rainy an. Er hatte bzw. er hat 2,6.000 Abonnenten. Das letzte Video hat er 2021 hochgeladen, ist also ein gutes Jahr her. Er hat Tipps, News, Farmvorstellungen, Botvorstellungen, also nicht das, was jeder gebracht hat. Und natürlich auch Scammersuchen gebracht. 2019 bis 2021 hat er Videos gemacht. Ab dann ging es bei ihm auch ziemlich ruhig zu. Beziehungsweise hat er noch ein GTA Video vor 10 Monaten gebracht. Und ab dem hat man auch nichts mehr von ihm gehört. Machen wir weiter mit Captain Rotkohl und seinen 11,3.000 Abonnenten. Ist sogar ehemaliger YouTuber Plus. Das komische, an seinem Kanal sind alle Videos offline gestellt bzw. gelöscht. Hatte 2019 den Rypex-Disc-Track gemacht. Man findet auch noch von Gamakatsu ein Interview mit ihm. Und von Bargerman88 findet man auch noch ein Video dazu, wie Admin Evil seinen Plot zerstört hat. Ich weiß gar nicht, warum er aufgehört hat. Er hat ja komplett mit YouTube aufgehört. Man findet auf seinem Kanal rein gar nichts mehr. Wenn ihr wisst, warum er aufgehört hat, keine Lust, keine Zeit mehr. Ich weiß es ehrlicherweise gesagt nicht. Deswegen schreibt es gerne mal in die Kommentare. Den nächsten YouTuber kennen wahrscheinlich noch viele, die auch früher Abge-Videos geschaut haben. Und zwar geht es um den Veriux mit 20.000 Abonnenten. Abge hat ja früher in einem Video mal ihn live, wo er gestreamt hat, den YouTuber Plus-Rang, meine ich, war das gegeben. Er war auch eher der YouTuber, der eher gestreamt hat. Es gibt noch ein paar Scammer-Suchen und ein paar Tipp-Videos von ihm. Aber so wie ich das auch in Erinnerung habe, hat er auch eher so wie Kronos eher gemacht. Er hat auf YouTube gestreamt und eher weniger Videos gemacht. Er wechselte dann aber auch, nachdem er sein letztes Griefer Games View 2018 hochgeladen hat, zu Fortnite. Ja, das letzte Video kam einen Monat, äh, ja, vor einem Monat on. Und seitdem hat man auch nichts mehr von ihm gehört. Ich habe ihn früher, meine ich, nicht so aktiv geschaut. Aber ich kann mich noch gut an ihn erinnern. Er war auf jeden Fall eine Nummer, die man früher kannte. Heute ist es wahrscheinlich eher weniger so. Über den nächsten YouTuber habe ich sogar mal ein Video gemacht. Und zwar nicht, weil er so geil war und ehrenhaften Content gemacht hat, sondern weil er mit seinen 30.000 Abonnenten seine Community verarscht hat. Mit Griefer Games Content erst und später noch mit anderem Fortnite Zeug. Captain Cubecraft mit 30.000 Abonnenten. Man findet heute keinen Kanal mehr von ihm, weil er ihn entweder selber gelöscht hat oder von YouTube gelöscht wurde. Das weiß ich an der Stelle gar nicht, aber es kann auch gut sein, dass YouTube ihn gelöscht hat. Warum ich ein Video zu ihm gemacht habe, ist darum, weil er zur Admin Evil Zeit ganz viele Fake Views gemacht hat. Zum Beispiel, wo Admin Evil seinen Plot gekleert hat. Ich aber im selben Video gezeigt habe, wie er einem QB-DE schreibt. Und er dann halt mit Labymod das so zurechtgecuttet hat, aber dann einen Cut-Fehler hatte, beziehungsweise gar nicht gecuttet hat an der Stelle. Und da hat man halt gesehen, dass er überhaupt gar nicht Admin Evil schreibt. Es gibt sogar ein Ansage-Video von JustNeo. Den sollten auch relativ viele kennen. Die meisten von euch, denke ich mal. Dort behandelt er zwar die Zeit nach Griefer Games, aber positiv kommt er da auch nicht weg. Zum YouTuber Holzente mit seinen ehemaligen 15.000 Abonnenten findet man heute ebenso wenig etwas. Der Kanal Holzente bestand größtenteils aus Scams-Streams, in dem er eben der Community versprochen hat, jeden Tag, glaube ich, dreimal Griefer-Rang zu schenken oder so. Hat ihm halt Fake-Aways gemacht später. Und das ist echt krass, kam Ansagen von Firegon, JustNeo, AlphaKevin und sogar von EnderHD. Sein Kanal mit 15.000 Abonnenten wurde dann sogar von YouTube selbst gelöscht. Jedoch hat er ja noch einen Zweitkanal mit 1000 Abonnenten schon, den er großzog während seinem Hauptkanal. Und da hat er dann, meine ich, auch mit weitergemacht. Und dort hat er nicht weiter mit seinen Fake-Aways gemacht, sondern hat dort reale Gewinne gemacht. Die Gewinnspiele, die auch dann eben ausgeschüttet wurden. Und damit war er auch erfolgreich und hat sich wieder zu den 10.000 Abos hochgearbeitet. Da gab es sogar auch ein Video von mir, wo ich zu seiner positiven Entwicklung gesprochen habe, weil er dann eben halt nicht mehr diesen Fake-Mist gemacht hat. Jedoch blieb das nicht so lang, denn er hat dann später seinen Kanal umbenannt zu Aviax und hat dort für GTA 5 Fake-Money-Glitch-Videos hochgeladen. Und damit hat er auch gut Klicks erreicht, wahrscheinlich auch ein bisschen was an Geld gewonnen. Aber dieser Kanal findet man inzwischen auch nicht mehr auf YouTube und wurde dementsprechend gelöscht. Den letzten YouTuber, den werden wahrscheinlich auch viele, die früher noch auf Griefer Games schon unterwegs waren, kennen. Und ich habe ihn früher auch geschaut, und zwar der liebe Nioxx. An sich war es ein geiler YouTuber, hat immer geilen Content gemacht. Scammer suchen Tipps, Plotvorstellungen, was halt früher üblich war. Jedoch fing es 2018 an. Er hat eine 1 Million Dollar In-Game-Spende bekommen. Das war früher eben noch ein bisschen mehr wert als heutzutage in der Wirtschaft. Und diesen 1 Million Dollar hat er sich damals 17 Stacks Beacons gekauft. Also in 17 Stacks eher weniger war es, in Anführungszeichen. Früher waren das eben schon eine große Menge. In dem Video hat er dann auch angesprochen, vor allem Zwieback war da auch gut Gesprächsthema bei ihm, weil Zwieback hat, nachdem er diese 17 Stacks Beacons geholt hat, eben seinen Plot gekleert. Und das zweite Plot, was danach von der Community ihm geschenkt wurde, wo halt alles wieder was wertvoll war, drauf war, wurde danach eben noch einmal von Zwieback gekleert. Und danach wurde ihm auch sein YouTuber-Plus-Rang entzogen, weil ihm gemeint wurde, er würde duplizieren. Und in der Kiste mit den 17 Stacks Beacons stand eben nicht, dass es keine duplizierte Ware ist. Man meint, Zwieback hatte damals was gegen ihn. Ob das wirklich so war, kann ich nicht bezeugen, aber es sah schon danach aus. Danach ging es wirklich den Bach runter. Es kamen viele Facts-Videos mit Klicks auf Abgesnacken und später auch noch eine Ansage von Just Nero. Das letzte Video hat er 2019 hochgeladen. Er hat früher gut Klicks gemacht, also der war schon eine Nummer. Aber nachdem er mit diesem, ja er hat immer abgeausgeschnitten, auf seine Thumbnails gepackt, irgendwas mit Admin-Evil oder irgendeiner Scheiße, die ihm Klicks gab, gemacht, draufgepackt und den Titel abgegrifft reagiert, reingeschrieben, obwohl das überhaupt nicht war. Vor zwei Jahren hat er noch drei COD-Videos hochgeladen und das wäre es dann auch von ihm gewesen. 15.000 Abos hat er, beziehungsweise hat er, aber ansonsten hat man auch nie wieder was von ihm gehört. Das war Part 2 zu den Griefer Games YouTubern, die verschwunden sind aus einem mehr oder weniger guten Grund. In der heutigen Episode waren eher die Leute drin, also drei, die ja Mist gebaut haben auf Griefer Games und dementsprechend auch mit gutem Grund nicht zurückkamen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da, abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr auf meinem Kanal. Ansonsten sehen wir uns nächsten Dienstag um 15 Uhr oder auf Twitch in dem Stream wieder. Haut rein und ciao, Leute! Bis zum nächsten Mal, 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 bis